Ich mag Zollring. Ich mag Zollring. Ich mag Zollring. Ich mag Zollring. Gummerem, Gummerem, Sylt, die wohl bekannteste Insel Deutschlands. Der Tourismus hat die Insel reich gemacht. Knapp 20.000 Menschen leben auf Sylt. Die angestammte Sprache der Insel, das Sylter Friesisch, das Söllring, wird nur noch von ein paar hundert Menschen gesprochen. Friesisch ist kein Plattdeutsch. Es ist eine Minderheitensprache. Was tut die Politik für die friesische Sprache? Das Friesische ist als Minderheitensprache natürlich ein hohes Kulturgut, das wir hier in Schleswig-Holstein haben. Und von daher spielt es eine ganz besondere und bedeutende Rolle. Das wird ja nicht zuletzt auch in der Sprachencharta der Europäischen Union zum Ausdruck gebracht und Minderheitenpolitik insgesamt auch in der Landesverfassung des Landes Schleswig-Holstein. Es soll geweckt werden, ein generelles Verständnis dafür, dass es in einer Region, in einem Land, Minderheitensprachen gibt, die genauso lebendig und spannend ist und lustig ist oder traurig ist, wo man traurig ist, wo man traurig ist, mit ausdrücken kann, wie in einem Land, wo es eben keine Minderheitensprache gibt. Wir möchten erst einmal, dass die Kinder lernen, dass es außer ihrer Muttersprache Deutsch noch eine große Welt gibt, die friesisch heißt. Und dass es ein Abenteuer für die Kinder ist, in eine friesische Welt einzutauchen. Und dass das Spaß macht. Ich habe hier jetzt mit meinen Dring Sölringsnagget. Und da, hier ist Jens Sertame, das ist mein Vormann, der da war. Und da ist es vielleicht besser, du sprichst mit ihr Deutsch. Sie haben es gerichtet, der Muge. Ja, Söl, du weißt nicht, ob sie richtiges Deutsch lernt. Ich weiß es von da und da, und die hat kein richtiges Deutsch gelernt. Und da ist es vielleicht besser, du sprichst mit ihr Hochdeutsch. Und hocken, wie das zählt? Das will ich auch Sie. Also, Niens und den Familien? Nein, nein, wenn, Riemann. Und ich kann das mögen. Und das ist der größte Fall, was ich mögen. Das ist der größte Fall, der ist der größte Fall. Und das ist der größte Fall. Und das ist der größte Fall. Ich stelle ihn in den Kreis. Ich stelle ihn im Teppich an den Hund und stelle ihn in den Kreis. Und das ist der größte Fall.